um zu einer weichrunde rocket league zusammen mit takkan und nicole und eben habe ich so drei easy tor geschossen war easy danach haben wir weißt du es stand so drei minuten lang stadt 50 stadt am ende 64 ok ein paar tor am ende kassiert und jetzt kann sie mir auch ein paar tore stile hatte ich gemacht die fast noch kriegt sogar ja ich wir machen die weg der rang von denen wird auch eine meise etwas gedrückt weil nicole halt anfänger ist aber wenn wir es mit den gleichen gegner spielen wie eben wird er nicht gedrückt und er bleibt gleich aber normalerweise wenn wir gleich neue gegner kriegen das wäre ein bisschen anders an der rang die gegner ein bisschen einfacher sein comeback aber jetzt noch ein tor einfach nicht mach ich kommt jetzt nicht zu viel weiter auch shit kommen warte mir drei ach fuck er wurde weggekriegst einschränkmal hoch juli an ach fuck wurde mir jetzt wurde gespielt Befreiungsschlag So, nochmal ein bisschen nach vorne gespielt Ich geh nach links, brauch Boost Oh shit, der könnte reingehen Oh shit, ist der geflogen, ey Der ist echt geflogen, Alter Krass Du musst dich bewegen, du musst dich bewegen Nach links und rechts und so Also Boost geben und links, rechts und so Nein, ich mein Ich mein, ich häng oben am Dach fest Achso Dann einfach gar kein Gas mehr geben Dann fällst du runter Oh shit Ja, weil du mich weggedrängt hast Nein Oh shit, jetzt bin ich gerade irgendwie auf dem Dach Nein Holy shit, nice, oh shit Nein Wenn du wieder nicht geflogen hättest, hättest du noch weggekommen Ja, wahrscheinlich Ich dachte, der wäre weg Also konnte ich zu schnell reagieren Wie geil, wir machen hier weg Wir machen jetzt das Comeback voll, was die letzte, letztes März schon machen Nein, ich bin so weit weg Ich bin perfekt Nein, ich bin so weit weg Takai musst du gerade alleine machen Okay, komm, bin nach hinten Bin hinten, bin hinten Bin hinten, bin hinten Habe aber wenig Boost Vergesst, vergesst immer, dass ich den Ball auch ohne Spring schlagen kann Nein, ich bin auch zu schnell gewesen Nein Also ich hatte zu kurz, ich hatte ganz kurz so eine krasse Beschleunigung Jetzt habe ich dich gut einberechnet Nice boy, hab ich die auch getrickst, ey Ausgetrickst Nice, nice Nicole, nice Nicole Der geht nach vorne Nice, der macht Ja, der hat ein Eigentor gemacht Nice So, bam Und dann macht der ein Eigentor, Achtung Der wäre nicht reingegangen Mit E oder A Comeback Was? C, O, M, E, B, A, C, K Der wird C, A Nice C, O, M, E, B, A, C, K Nicole Nicole Das wäre ein Tor gewesen Du hast mich abgedrängt Nein Nein Oh, shit Oh, shit Hat den Fuck Hab ich nicht Oh, nasty Oh, shit Ja, schön nach hinten Gut, Julian Nein, ich wurde weggedrängt Oh, nice Du willst Hacker Die wurden beide weggekramt, Alter Ich bin immer, immer im Himmel Shit Wenn ich den noch bekommen hätte, hätte ich den nochmal reingemacht, Alter Scheiße Was hat mich das weggekramt? Shit, oh shit Nice, Takan Nice Nein, Julian Oh, shit Ja, komm schon Nein Nein Nein, Nicole Mann Ja, Takan Nice 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 Fuck Fuck Hey, ich war nicht mehr weggekramt Das, das, Nicole hat nichts gemacht diesmal Die war in meiner Nähe, sonst hätt ich mir geschwitzt, dass wir nicht lassen Ich mach jetzt auch was unerwartetes HEIER Oh Fuck Auf jeden Fall Was unerwartetes ist, auf jeden Oh, shit Oh, nice Der muss doch reingehen Nicht bei uns, nicht bei uns, nicht bei uns, nicht bei uns, takan Nice Boah, Alter Der, ich werd voll abgedrängt Können mich nicht bewegen Nice Nice Ich wund, ich bin exoniert Fuck 3 Sekunden, takan, hol irgendwie dein Skill raus Nein Das geht aus dem Boden raus Da steht der Land vorne Doch nicht Genau Nice, takan Oh, shit Der könnte, der könnte, der könnte, der könnte Ja Nein 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 Okay Julian Dann haben wir geschwitzt Irgendwie noch So lange, wenn ihr nicht auf dem Boot kommt Nein Die Köl fällt Das geht falsch GG Ich will, ich will eine Revanche Ich will eine Revanche Ich will eine Revanche Die sind gut Was Wo ist der Is er What do you think? Ja, danke, Nicole Danke, Nicole Dori Fuck, ist der geflogen, der White Sir Mann Jetzt müssen wir wieder in Blau halten Der White Sir Ja, müssen wir Wenn wir orange sind, müssen wir in Blau halten Huuu Schießen hier Oh 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 shit Oh shit Oh shit Nein Da wurde der Ball richtig krass gegen mich geflogen Oh shit, den hab ich nicht Au Sorry Fuck Ich hab bloß geschwitzt, dass du das nicht versucht Nein Du bist grad echt Lappen-Dingspunkt Ey, keiner tritt den Ball Hör auf, ich soll besser stehen Ich weiß nicht warum Nein Ja Ich bin im Tor Gut Da, da, da Das Oh, oh, oh Oh, die G3, die G3, oder? Ja Alter Das war Teamwork, Alter Guck dir den Schuss an Der war von uns beiden, Alter Bam Aber du hast den Ball geschoben Ich hab den richtig krass Ich hab Tag an richtig krass angeschoben gegen den Ball, ey Das war echt Teamwork Warum hab ich 20 Punkte? Teamkill Wer? Hat irgendwer geschrieben Teamkill Nein Lappenkreuz Fuck Ich geh mal unter den Ball durch Wenn ich springe Wenn der zu hoch ist, dann ist das natürlich schlecht Du musst auch manchmal abbremsen, weil sonst Geht's nicht Hä? Ich hab ihn abgedrängt, okay? Alles gut Ich weiß nicht, ob ich den auch hättest gekriegt hätte Das kann natürlich sein, aber Oh shit, da war ich nicht Mein Abdränger war voll gut Mein Abdränger war voll gut Da bin ich voll vorbeigefahren Roten Pride Und die Karne hat ihn fast gehabt Zwei, drei, zwei, drei Weiß ich nicht Also bei mir weiß ich nicht mehr Ja, das kann er glaube ich Boah, easy, Alter Ich hab's jetzt schön in die Richtung gedrängt Ich spiel in die Mitte Nein, geht nicht, schade Ich aber Oh, oh, oh Der geht doch so rein Nein, nice Boah, da Ich hab's doch still in die Mitte Ich wollte Hey, ich war nicht sicher, ob der reingeht Aus dem Winkel hätte er nicht reingehen müssen Deswegen wollte ich halt Aber der war nur erst Die Logik hier ja Das ist die perfekte Logik Weiß der Prall von der Wand ab geht aber trotzdem rein Auf jeden Fall, Alter Lass dich mich hoch, Alter Soge Boy, Alter Soge Boy Shit Fliegen Nein, der wär reingegangen Oh Gott, ich fliegen, Alter Ich kann das nicht Holy Shit Spitze mit mitten Parade Ich brauch... Oh Shit, der geht rein, der geht rein, der geht rein Doch nicht, nein Die haben ihn abgewehrt Der wär reingegangen Zumindest Torschuss will ich dafür eigentlich ja auch shit Oh nein Weißt du? Ich bin auf jeden Fall Schön Outplay Oh shit Und da macht er den Tag an Und der geht rein Nein Ich will die mit Maus fett oder Mit Tett oder mit Maus? Ich hab... Ich hab... Ich hab nur Maus oder so... Ich hab leider keine Kontrolle deswegen Ich hab... Ich hab nur den erstmal hochbegriffen Oh Springe! So Oh shit, ich bin auf dem Kopf Okay Okay Julian, du musst schreiten Fuck Das war sauknapp Oh boost Oh boost Ah boost, okay Nice Oh shit Nein, Julian Ah Ja 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 Ich dachte grad kurzes Kripp, keine Parade, alter Ist das bei mir nur Fallrückzieher und ich denk mir so Okay, war nur Fallrückzieher ist in Ordnung Kann ich so rein, die konnten eben rein mal Oh Oh Ich bin den ersten fast zu stürmen Ich hab mal Ah, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot Ich hab den Nice Oh shit, ich bin... Gott vorbei Ich bin sau seken zerstört irgendwie Nicole Du hast jetzt voll an unsere Wand gespielt Oh shit Das nächste Tor für Tarkat Einer 5 Tore, ey Einer Tarkat Boah, Alter Tarkat Schafft diesmal 1000 Punkte, ey Easy Easy, Mann Alter Sau krass Beide ausplayen Ich hab 20 Boah, ich hab nur Sonst nix, Julian Ich hab nur 5 Tore, sonst nix Stimmt Aber du hast wahrscheinlich... Hä, woher kommt denn die anderen ganzen Punkte? Die Tore bringen ja nur 130 Punkte Stück Ja Scheiß Stealer, Mann Was? War das von Nicole? Wie ne 1 zu 1 Tor? Ich war halt rechts hinter dir Aber ich war halt rechts hinter dir Von der Fallage? Von der Fallage? Wäre der von dir? Von wie wäre der gewesen? Von keine Fallage? Ne! Keiner hat die Fallage wer hat die beide von uns berührt davor also wie man sich die stelle ich glaube ich hab sogar nicole gesteilt bei der umstand und was mit nicole torschuss vorlagen für die paar sechs rohre ich hab schon 1200 so darf man vielleicht zehn tore? vielleicht? das wäre nice alter oh shit da bin ich vorbeigesprungen ich hab geradeaus gesehen die ballkamera ausgemacht deswegen bin ich vorbeigesprungen oh scheiße oh nice das war voll krass oh shit nicole nein knapp ey aber ich hab ich hab ich hab voll gute vorlagen für nicole gemacht ich hab den voll vor die füße gespielt und nicole macht schön auf unser tor oh shit die machen so kein brasilien verdammt ich war schon wieder einfach im latte aber aber der schuss war ein schuss es war aber ein schuss der hat den ball getroffen ja ein schuss der den ball getroffen hat ist auch gut alle liegen auf dem rücken bleibt nicole nicht einfach hin ja weil nicole auch ein Tor schießen das berechtigt wird am Anfang beim Anstoßen ich bin wohl nicht schön das wird auch nicht mehr finden aber äh nicht lang weil der ball im Spiel ja nicole ich kam von hinten mit speed ok nicole wenn man schießt muss man den ball nicole hat nicole springen doffe also springen und dann also doppelsprung machen dann weiter 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 weiterью weiter 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 ça schuss von nice gute voraussetzung oh shit er könnte reingehen nein die wäre reingegangen ich wollte doch ein tor gemacht alter ich will sagen das war es für folgendes play rock and league zusammen mit nicole tag hat wenn sie gefallen hat das depot werden da und tschüss